Ja, und damit, ähm, herzlich willkommen zu 9S4 auf meinem Kanal. Ich, ähm, nehme, ja, leider auf. Ich, äh, glaube, es wird trashig. Ich muss, ich, ich hab jetzt mal, ich geh jetzt mal gemeinsam mit euch in die Option einmal. Es wird sehr interessant werden. Okay, ähm, okay. Das sind wahrscheinlich, ja, das sind verschiedene Layouts, die wir uns aussuchen können. Äh, ich würde 2017, glaube ich, machen. Select Confirm. Äh, Trap. Nein! Beck, Beck, ich bin noch nicht fertig. Hä? Was ist denn Trap, Beck? Neue Nummer Trap. Moment, ich, Moment, ich hab an der Erdpaste grad gedrückt. Ah, okay, das ist 1 von 8, 2 von 8. Aha, aha, aha. Äh, ich geh mal zurück. Original oder Revamped? Wir nehmen Revamped. Und jetzt geh ich zurück. Hab ich das jetzt ausgewählt? Ich hoffe, ja. Ja, hab ich. Okay. Survivor. The Basement. Continue. Ich hab's noch nicht gespielt. Und Start Game. Ich, ich mach mal das hier. Ne, warte, stopp da. Da sind noch vier. Ich muss noch das hier machen. Instructions. The counters are so many you can trap. Ich kann Leute trappen. Okay. So far and how many you actually have trapped. Commander Sims. Hallo, Commander Sims. Bist du das? Ich hab keine Ahnung. Check if you're still there. Missing too many will result in breaking contact. Okay. Das sind, das waren gerade die. Gut. Für, ja, fünf Teenager sind natürlich mal wieder verschwunden. Lakeshore, natürlich. Bla, bla, bla. Wie immer halt. Es ist natürlich das Klischee. Ich glaube, ich meine gelesen zu haben, dass das Spiel tatsächlich erschienen ist in den 80ern oder 90ern. Ich glaube, es waren, waren es die 90er oder 80er? Ich muss gleich nochmal gucken. Und es jetzt nochmal, und dann eben wurde es irgendwie vom Markt genommen wegen dem Inhalt. und dann kam es jetzt wieder neu raus. Ich mach mal weiter, ne? So, zwei. Okay. Control the hidden cameras and traps have been rooted to your controller. Ich hab gar keinen Controller, ihr alten Vögel, ey. Aber ich werd einfach gucken. Ich werd's bestimmt irgendwie mit dem Spiel gleich lernen. D-pad or mouse to highlight the room you wish to view. Woo, sowas gefällt mir. Ähm, kleine Stalker. Ähm, press O oder right click to trigger a trap. Make sure that the trap sensor meter is in the red zone. Also here. Before you trigger the trap. Okay. If you try and trigger a trap, the trap will not work. Okay, warten, bis es rot ist. Nimm jetzt shows... Was? If they change the code, you use control the... Was? Die können das also, die können das also, äh, sowieso verhindern. Okay, die sind, also das ist ein ganz schlimmer Gegenspieler. Man sieht schon, wie brutal diese Leute hier sind. Oh Gott. Oh. Wo die Männer einfach noch Jacken und Oberteile getragen haben, die bis zu den Knien fast gingen. Heute auch wieder in Longshirts. Mag ich sehr. Mag ich auch sehr am Erik. Aber damals war es halt auch noch so endlos breit und sah einfach nur aus dem Kleid. Und er hier mit... Und gelb. Es ist so viel gelb einfach damals gewesen. Und ganz blass rosa und super hell blau, wie man hier aussieht. So blau-lila. Okay, warte mal. You will have to listen closely to the conversations between... To hear when they change the code. And to what new color? Oh Gott. Wir werden so verkacken, glaube ich. Okay. Der Access Code, wenn wir starten, ist blue, also blau, giving you full control of the traps. Ja, super. Change the code. Wait until they have entered the basement. What to change the... Okay. Left click to access code to change the color. Ich habe noch keine Ahnung. Wir werden das gleich sehen. Each trap has a sensor. Blablabla. Das haben wir ja auch gesehen. Wenn es rot ist, dann sollen wir die Trap auslösen. Dann läuft der wahrscheinlich jetzt so hier lang. Okay, das hatten wir ja schon. Okay. Wir gucken einfach mal. Wir gucken einfach mal. Start mal das Spiel und blende mich mal kurz aus. Ja, was passiert denn jetzt? Nein. Nein. Ich war noch nicht fertig. Trash. Huah. Blut. Brutal. Zu brutal. Für die 80er oder 90er. Ich habe keine Ahnung. Dana Plato. Ich habe auch Schmerzen. Ich muss auf die Toilette. J. Bill Jones. Ein Mann mit einer viel zu engen Hose. Oh nein. Das wird ja furchtbar. Ja, das will ich alles machen. Oh, was ist das? Oh, jetzt kommt von hinten der Kühlschrank. Was? Was ist das? Was zur Hölle? Entschuldigung. Tracy Matheson. Das war's in last night. Hey, listen up. The students that have been coming up to work the resort on this side of the lake have been disappearing right and left. Local authorities didn't have a clue until our surveillance teams tapped into the winery house right there and taped everything you just saw. What about the cameras and the traps? Probably security. What? We suspect they're using the winery house as a cover and they're getting anyone who stumbles onto their scheme. Whatever that is. My. This is Kelly. Ha, ha, kid. Come on, isn't she a little young? She's young. She's one of our best. She'll also be working inside. And remember, no one goes in until we get the signal from her. I want to know more about these traps. Yeah. That's one thing we've got going for us. How's that? One of our guys put an override on the camera cable unit here in the back hallway. Which means? Which means we have complete control of the cameras and the traps. But who operates that? They do. And who's that? I'm not exactly certain. Special operators from control. But we've got to work together on this one. Any questions? Let's rock and roll. Let's do it. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Yeah, danke. Was? Okay, wir sind jetzt hier. Huch! Ah, jetzt habe ich Pause gemacht. Okay, ich kann jetzt hier stalken. Oh nein, was ist da denn nur los? Grün. Hä? Ich habe recht im Haus, hast du jetzt gerade gedrückt? Okay, ich habe es noch nicht. Ich habe es wirklich noch nicht. Noch nicht raus. Ich muss echt, ich muss erst mal, jetzt will ich natürlich auch erst mal alles sehen. Oh Gott, das ist wie bei Alf. Ja, ich habe eine Falle ausgelöst. Wie geil ist das denn? Ja, tschüss, ihr Penner. Nein! Ah, gut. Okay. Was ist jetzt die Story? Was ist jetzt die Kack-Story? Ja! Oh, geil! Hau ab, ey! So. Okay. Was für ein Scheiß! Nein, shit! Ah! Es ist schon irgendwie, es macht schon irgendwie Spaß! Da gehe ich doch mal, da gehe ich doch mal vorsichtig lang, Humba-Dumba, Humba-Dumba, Humba-Dumba. Wo geht er rein? Wer ist das? Wo, wo, wo? Oh, Mist. Alles gut, alles gut. Na, was ist die los? Wer ist das? Hä? Wie, da ist die Tue? Hä? Okay. Mist! Ja, ja, okay. Alles klar. Mist, ich hatte gerade zuerst so eine Bluse an zum Aufnehmen, hätte ich die mal anlassen. Okay, wo gehen sie hin? Die Treppe runter. Mist! Mist! Wo gehen die hin? Wo gehen die hin? Da! Okay, jetzt aber. Jetzt kriegen sie, jetzt kriege ich sie. Ja, rot, aber heißt das, ich kann woanders dann eine Falle auslösen oder was willst du mir damit sagen? In der nächsten Folge... Nein! Nein, scheiße, scheiße. Jetzt aber. In der nächsten Folge kann ich mir das aber nochmal ganz korrekt angucken. Was rede ich da? Ja, endlich. Puh. Und jetzt da, die... Ach, die Wand ist das. Ist gar kein Kühlschrank. Ja, schön. Guten Tag. Wo kommen die alle her, Mann? Ähm. Oh, oh. Okay, einen haben wir. Wo gehen die rein? Was macht der da? Nein, scheiße. Oh nein, scheiße, scheiße. Okay, warte. Nein, zu spät genug. Nein, zu spät genug. Wer sind die alle? Ach gut. Hä? Jetzt gerade habe ich auch richtig gedrückt. Scheiße, ey. Auch. Also, das erste Mal jetzt, dass ich... Dachte, ich hätte richtig gedrückt, aber dann habe ich schon was. Oh nein! Nein! Ist er tot? Ist er kaputt gegangen? So. Der Hammer. Der absolute Hammer. Dieses Spiel. Haben wir da noch eine? Wir haben da keine andere camped. Verdammt. Gehst du raus? Scheiße, scheiße. Ich geh da rein. Man muss ja schon sich um viele Sachen kümmern. Warum nicht? Was, denkst du, ich kann das? Natürlich, sie können. Was könnte möglich sein? Komm, darling, die Argos sind weg. Ich habe richtig gedrückt. Das ist wahrscheinlich auch speziell auf die Falle. Ich weiß aber nicht genau, was jetzt hier die Falle ist. Wo, 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 wo? Jetzt aber. Hä? Bist du mich verarschen? Ich habe doch gedrückt jetzt gerade. Ihr habt es gesehen. Ich habe es gedrückt. Ich habe gedrückt. Ich gucke mir jetzt einfach die anderen an. Ich bin mir jetzt scheißegal. Uh. Uh. Ah. Wir haben so viel Spaß. Ich tue es, als würde ich hier was machen. Was mit dem? Ah. Das ist eine Mücke. Kann ich hier auch eine Falle machen? Ich stalk jetzt hier einfach. Ist auch egal. Ah, da kommt noch einer. Jetzt aber. Hier ist auf jeden Fall eine Falle. Das weiß ich. Ja, komm, Junge. Komm, Junge. Hä? Verstehe ich nicht. Haben wir den Code geändert? Ist es vielleicht das? Green. Ich muss mir gleich nochmal richtig angucken. Und dann spielen wir in der nächsten Folge dann richtig. Ich weiß doch gar nicht, wie lange das jetzt hier überhaupt geht. Ich meine, bis jetzt ist doch noch gar keiner gestorben. Ist doch alles super. Wie kann ich das nochmal mit dem Code? Die haben ja gesagt, ich soll dann darauf achten, was sie sagen. Oh, ups. Oh Gott, die Brille. Was ist mit dem Typen? Das Ohrteil. Ist das ein Porno jetzt? Ich glaube, das ist der Anfang eines Pornos. Mit der Mutter. Ach, scheiß. Soll ich hier gucken? Wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Ja, aber kann ich nicht... Ja, aber... Ja, aber kann ich nicht die Tode sehen? Oh nein! Ja, dann würde ich das sagen. Gucke ich mir das jetzt nochmal ganz genau an. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir haben nur 17 Minuten. Und scheiße, 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 scheiße. Es tut mir leid. Ich bin gerade... Das Problem ist halt, ich bin gerade wirklich in der Vorproduktion. Und die Sachen werden auch nur alle zwei Tage kommen. Ich wollte auf jeden Fall über 20 Minuten. Deswegen tut es mir leid. Ich hoffe, gleich die anderen Folgen sind länger. Aber ich habe noch ein paar andere Spiele auf der Liste. Das ist jetzt wohl noch eine Folge, die wir davon halt noch machen. Ich kann mir vorstellen, einige würden das mögen. Andere würden einfach nur so, äh, da sitzen. Aber wie gesagt, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Tut mir leid, dass die Folge so kurz ist. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von Nighttrap wieder. Bis gleich. Ich meine, bis dann.